Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Star Stable Gutscheincode Video und zum wahrscheinlich krassesten Gutscheincode, den ihr jemals erlebt habt. Denn mit dem Gutscheincode HORSE SNACK bekommt ihr nicht nur eins, nein, ihr bekommt zwei Items. Wenn ihr euch jetzt fragt, was so krasses ihr für diesen Code bekommt, haltet euch fest, jetzt kommt es. Ihr bekommt dafür einen Apfel. Und nein, es ist nicht nur ein Apfel, nein, es ist dazu auch noch eine Karotte. Und das ist schon einiges, denn das sind nicht nur ein Item, es sind zwei. Damit könnt ihr euer Pferd zwei Tage füttern und es für eine kürzere Zeit ernähren. Und das ist schon sehr, sehr praktisch, denn Essen ist gut. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit euren neuen beiden Gerichten, Moorrübe und Apfel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.